Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube einer lebt dann noch Wir müssen vor allem die Flieger außer... Uuuuuh, Gefecht setzen! Die Hirte uns rumdonnern und eiern So läuft der Hase Ich glaube, der geht so oder so unter Ich kann das nicht mehr halten Der küsst gleich den Boden Ja, ich bin dran So, also, jetzt Auf geht's Uuuuh, mit dem kann ich nichts anrichten Ich fliege tief und repariere mal Oh, das geht nicht gut aus So Oh, scheiße Okay, die brauchen mehr aus Was ich jetzt drauf gewollt habe Ich bin gleich dran Baller du mal lieber hier hinter uns ab Dankeschön Geht doch Yes! Ja, alles klar Da schnappen uns die Links Sind mehr Der schließt gleich da an Lass ich nicht zu Sie müssen uns zur Festung schaffen Sonst scheitert die Mission Ich weiß, ich weiß Jerry, hallo, sind Fadenkreuz Hätt'n den Spästern Werd'n dich Pegerformatisch Wow Uuuuuhuuhuuhu Baller den hinter uns ab Wir haben geschossen Ich hab doch Ich hab dich doch für etwas Also gut, wir machen Ausweichmanöver Ansonsten geht das nicht gut aus Nein, ich muss unbedingt die Bomber da loswerden Äh, Bomber Ich muss die Jäger von den Bombern loswerden Hast du das gesehen? Ja, hab ich erwischt. Oh, 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 der ist gleich am... Ah, das geht nicht gut. Äh, wir nehmen die Links. Links sind mehr. Come on, come on, wow. Alles verdammt. Alles klar. Okay, auf zum nächsten. Und zum nächsten. Oh, der ganz rechts ist in Not. Wenn sie blinken, dann geben sie Meldung, dass sie... Aiaiaiai, dass sie in Not sind. Die beiden sind auch in Not. Come on, come on. Ah, den weg. Jetzt den links noch. Werde ich wieder verfolgt? Diese ganzen Deutschen, so wie vorhin schon, die ganze Zeit am Arsch umkleben. Ah ne, gut. War's schon. Cherryvogel erledigt! Uah! Ja, so haben die Briten damals geredet, über die Cherrys. Jawoll! Wir haben sie schwer getroffen, aber noch steht die Festung. Wir müssen weitermachen! Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Unter uns geht Flugabwehr in Position. Diese Wagen werden unsere Bomber vernichten. Ja gut. Mal schauen, ob das geht. Nein. Nicht so wie geplant. Ich zieh rüber, mach langsam. Juhu. Juhu. Scheiße, scheiße, scheiße. Nur ein kleiner Fehler und man ist tot. Gut. Ich muss mich mal reparieren, ansonsten geht das nicht Judas. Komm, 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 komm. Komm, umdrehen. Du hast hier ein Geschütz hinten. Dann halt sie. Auf. Okay, drei Stück noch. Naja, sechs eigentlich. Sie nehmen Doppelpack unterwegs hier. Und los. Sehr schön. Wir drehen nochmal für die letzte Beteiligungslinie. Wir haben einen hinter uns. Dann hau ihn weg. Du hast fast einen Gun hinten. Und schau. Okay. Drauf, drauf, drauf. Aufgehen und verteidigen. Ja, sehr schön. Komm, halt die hinten weg, verdammt nochmal. Du hast ein Geschütz hinten. Das ist nicht für schön da. Ja, Abschuss bestätigt. Wow. Ja, er soll sich aber mal um mich kümmern und die hintere Seite decken. Die ganze Zeit schon ein Fliegermarsch. Das dauert nicht mehr lange und ich bin... Wow. Ja, wow werde ich auch gleich sein. So. Kaboom. Ende Gelände. Scheiße. Wir sind getroffen. Ich schaff das. Festhalten. Oh. Scheiße. Wir sind getroffen. Ich schaff das. Festhalten. Untertitelung. Das geht dich. lorom. Faktort. Polut reformaties. Vielen Dank.